Willkommen zur Clip Reihe Recht. In den folgenden Clips möchte ich Ihnen wichtige rechtliche Fragen beantworten, die für Klein- und Mittelbetriebe täglich auftreten können. Dabei erhalten Sie Grundkenntnisse und rechtliche Informationen zu den Themen Gewährleistung und Garantie. Außerdem sehen wir uns gemeinsam an, was allgemeine Geschäftsbedingungen sind und wozu man sie braucht. Wir werden auch besprechen, was eigentlich ein Vertrag ist, wie man ihn schließen kann und was das für Folgen hat. Eine wichtige Bemerkung möchte ich gleich an diesen Anfang stellen. In dieser Clip Reihe sprechen wir von rechtlichen Regelungen, die zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Clips in Österreich in Geltung stehen. Ziel ist es, Ihnen ein Grundverständnis zu verschiedenen Rechtsbereichen zu geben. Die Informationen sind aber keinesfalls abschließend. Das heißt, dass Sie zur Lösung spezieller Rechtsfragen jedenfalls eingehende, kompetente Beratung eines Rechtsanwalts in Anspruch nehmen sollten. Gewährleistung, Garantie, allgemeine Geschäftsbedingungen und Verträge berühren täglich unser Leben und sind für jede Unternehmerin und jeden Unternehmer wirtschaftlich essentiell. Ich freue mich, wenn Sie mich durch diese Einführung begleiten. Die Grundregeln sind schnell verstanden.